Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Sonntag wieder dabei seid. Wie ihr seht, hat mich das 4-4 auch sehr mitgenommen. Absolut wilder Ritt, unser Borussia. Aber ich habe genau das gesehen, was ich sehen wollte. Junge Spieler, die die Raute im Herzen tragen, die gekämpft haben, die auch Fehler gemacht haben, ganz klar. Aber den Punkt nehme ich gerne mit. Und es waren aus meiner Sicht am Ende drei Punkte für die Moral. Seohane war komplett angezündet. Ich fand, die Spieler haben bis zum letzten Moment alles gegeben. Ja, es waren Fehler dabei. Die muss man verzeihen. Meine Spieleanalyse kommt heute Nachmittag auf dem Hauptkanal. Da könnt ihr auch gerne einschalten. Ich möchte mir aber noch unseren Don Rollo im Doppelpass angucken und dann die Aufnahme machen. Aber jetzt mal meine emotionale Achterbahnfahrt gegen den FC Augsburg gestern. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn ihr das Format feiert, lasst gerne einen kostenlosen Sabo und einen Daumen nach oben da. Schönen Sonntag. Macht's gut. Und let's go. Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Klappere Ballbesitz. Ja, es sieht nach einer Viererkette aus. Die Ecke ist gut. Ja! 1-0! Itakura! Ja, Mann! Ja! 1-0! Da sind wir doch! Ja! Itakura haut rein, Alter! Wie geil, Mann! Ja, die erste Ecke der Saison ist drin, Alter! Wie geil ist das denn? So wichtig! Einfach mal... Alter! Ja! Alter, wie geil! Geile Ecke! Sehr perfekt getreten! Perfekt getreten! Auf den langen Pfosten und dann ist er da! Gut! Abschluss! 2-0! Schwancherer! 2-0! Ja, Mann! Wie geil ist das denn? 2-0, Mann! Ja! Alter, wie geil die Jungs nicht den Ball erarbeitet haben! Wir spielen ja plötzlich richtig Fußball, Alter! Wie geil ist das denn, Mann! Thomas, ich sag's euch! Torschützenkönig! Thomas macht das diese Saison! Harry Kane, kannst du eine Pfeife rauchen? Junge, Schwancherer setzt sich da durch, also verliert erstmal einen Ball, Udukay, Plea setzt gut nach, Neuhaus auf Weigl, Weigl mit einem überragenden Pass und Schwancherer kennt keine Gnade, da geht ein Junge, ey, wir sind aber auch, Alter, man muss sagen, wir sind, Junge, wir sind krass effektiv, wir sind krass effektiv! Bis jetzt eigentlich jede Chance außer dieses missgeschickten Treffer! Ach, du Scheiße, 2-1 Augsburg, Scheiße, Alter! Trocken abgezogen, Mist! Was für eine Scheiße, Alter! Der kam halt aus dem Nix, ne? Der kam halt aus dem Nix! Ist da Neuhaus? Da geht auch kein, da ist keiner draufgegangen, ne? Da ist keiner draufgegangen, irgendwie Nuka Netz noch durch die Beine! Ja, nix nützliches, weiter geht's, wir führen 2-1, alles gut! Einfach weitermachen! Das ist doch, das ist doch kein, ach, das ist niemals gelb! Lächerlich! Die gelbe, ach, hör auf, die gelbe Karte von Schwancher ist lächerlich! Die gelbe Karte ist lächerlich! Also, wie kann man da gelbe, wie kann man da gelbe Karte geben? Der, 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 der zieht an seinem Trikot, der mag, der drückt ihn weg, lässt sich fallen! Das ist, na, die gelbe Karte ist lächerlich! Die gelbe Karte ist absolut lächerlich! Komm, Ingunu! Ingunu, geh! Ingunu! Ja! 3-1! Ingunu, Junge, der geht einfach durch! Der geht einfach durch! Wie schnell ist der Typ, Junge? Ingunu! Bester Mann! Ich sag, ey, das Fakke, den ich eingesetzt hat letzte Saison! Der geht einfach durch! Der geht einfach durch! Der juckt dir gar nicht! Einfach eine Legende, Junge! Alter, wie geil ist der denn, ey? 3-1! Omelin-Abschlag! Der legt sich den 100 Meter vor und nimmt den Verteidiger einfach direkt! 3-1! Wie geil ist das denn, Alter? Ingunu! Ich sag, Ingunu auch! Nächstes Jahr save 160 Millionen wert! Oh Mann, Alter! 3-2! Was machen die denn da hinten drin, ey? Was ist das? Mann, ey! So unnötig vor der Haltzeit, ey! Das ist... Auch wieder da... Keiner... Nach der Ecke lang... Skelly hinten zu weit weg... Der ist komplett frei! Da steht keiner bei! Da ist keiner bei! Das Meter... Komm Omelin, bitte, Alter! Bitte! Das wäre so bitter, ey! so unnötig Sven Michel ist das unnötig das ist so unnötig ich sag's dir für mich ist das zu wenig für einen Elfmeter gefährlich skelly skelly netz schon wieder alles blank Mann ey es ist so lächerlich es ist so lächerlich komplett blank wieder zum Abschluss gekommen Elfmeter 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 ach du Scheiße ach du Scheiße bitte ich glaub das war keiner aber ach du Scheiße bitte nehmen ihn nicht zurück bitte nehmen ihn nicht zurück bitte nehmen ihn nicht zurück er tritt den hinten aber ich glaub der fällt halt nicht wegen dem wenn er ihn trifft ist ein Elber ich weiß nicht ob er ihn trifft ich glaub er bleibt bestehen einfach noch einen Punkt mitnehmen einfach noch einen Punkt mitnehmen egal wie egal wie bitte nicht den Elber verschießen ja ja 4-4 da ist der Punkt ja man wie wichtig Alter wie wichtig ja es ist scheißegal wie Junge und ich und den ganzen Hatern ey gerne woanders aber nicht bei mir im Chat es ist scheißegal wir sind Borussia und wir holen den Punkt Junge es ist mir scheißegal was war wir haben den Punkt und wegen mir alle Hater hasst mich ist mir scheißegal dann schreibt mich im Chat geht woanders hin das ist genau meine Borussia und wir haben den fucking Punkt man jetzt einfach nur den Punkt mitnehmen ja abpfiff ich kann halt nicht mehr die Raute ist was hier zählt das Katschek voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt und schießt Borussia die Raute ist was hier zählt alle Neuigkeiten über den besten Verein der Welt die Schatten und schießt das Katschek dass muss ich ір